Wer schnappt sich die begehrten Champions League Plätze? Wir zeigen Ihnen dieses spannende Kopf-an-Kopf-Rennen in den Premier League Highlights. Herzlich Willkommen und ganz besonders im Fokus haben wir die beiden Manchester-Klubs, die jeweils gegen Abstiegskandidaten ran mussten. Im Old Trafford bei Man United gegen Swansea sorgte eine Schwalbe für Riesenärger. Ja und für den Lokalrival Manchester City droht diese Saison zum Riesendesaster zu werden. Ein Titel ist für Pep Guardiola nicht mehr in Aussicht, dass so erstmals in seiner Trainerkarriere geht der Trophäensammler leer aus und jetzt ist sogar die Champions League Quali in Gefahr. On top haben wir noch das Nordlondon Derby für Sie, Tottenham gegen Arsenal, also viel drin für Spaß. Außerdem blicken wir auf Leicester. Der Vorjahresmeister hat in der Rückrunde aufs Gaspedal gedrückt und kräftig in der Tabelle aufgeholt. Aber dieser Aufschwung hat zuletzt einen kleinen Dämpfer erlitten, denn seit fünf Pflichtspielen wartet Leicester auf einen Sieg. Ist der Klassenerhalt wirklich schon gesichert? Gegen West Brom könnten Sie einen entscheidenden Schritt machen. Zuvor können Sie aber etwas gewinnen, nämlich 1000 Euro und eine Playstation 4 inklusive FIFA 17. Viel Glück! Das waren die Premier League Highlights für heute. Es geht also auf die Zielgerade in dieser Saison und wir fiebern mit. Bei uns sehen Sie wie immer alle Höhepunkte online auf sport1.de und die nächsten Premier League Highlights gibt es dann am Montag wieder ab 23.30 Uhr. Manchester United ist unter der Woche gefordert in der Europa League. Halbfinal Hinspiel gegen Celta Vigo. Auch das sehen Sie live auf sport1. Bis dahin. Tschüss.